Ali, erzähl mal, wie lange bist du bei uns? Ich bin jetzt genau im November ein Jahr. Und wie bist du zu uns gekommen? Bei mir war es ehrlich so ein Zufall, als meine Frau mir gesagt hat, du Ali, das Temporabüro sucht Digitec, suche Leute, aber du musst dich online bewerben. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich habe noch nie online bewerben. Sie hat einfach das Handy genommen und meine Bewerbung genommen, Fötter gemacht, eingeschickt. Und nach drei Minuten später bin ich am Probetag beim Digitec hierher gekommen. Und ich bin glücklich, dass ich hier bin beim Digitec Galaxus. Für dich privat, was wünschst du dir für das neue Jahr? Privat auch meine Familie, ich auch eine Frau und zwei Töchter. Ich wünsche auch Gesundheit und so. Gesundheit ist ehrlich im Moment das Wichtigste. Dann danke vielmals Ali für deine Zeit. Danke euch auch. Ich wünsche dir dann gleich einen schönen Feierabend und noch ganz guten Resten in 2020. Ich wünsche dir auch viel Gesundheit und alles Gute Rutsch.